Das Gespräch mit Julia Shaw, Sie, liebes Publikum, verstören wird. Mich hat es nämlich die Beschäftigung mit Ihnen auch ein bisschen verstört. Aber lassen Sie mich anfangen mit einer Frage, wie sind Sie heute angereist? Ich bin gut angereist und ich habe auch ein Geschenk dabei für Sie. Und zwar, ich komme aus London, ich wohne nicht mehr in Deutschland, ich habe auch in Kanada studiert und ich wohne jetzt in London mit Porsche da, als Erinnerungsforscherin. Wir kriegen das im Griff, reden Sie einfach weiter. Dort arbeite ich als Erinnerungsforscherin und ich habe gehört, dass Sie gerne dunkle, laktosefreie Schokolade mögen. Das stimmt, hey. Ich habe Ihnen eine britische Schokolade mitgebracht. Und dazu muss ich sagen, dass ich Ihnen auch helfen kann, wenn Sie nicht mehr dunkle Schokolade essen möchten. Denn mit falscher Erinnerungstherapie kann man das auch wieder rausmachen, dass man die nicht mehr mag. Dass man Laktose mag? Dass man Schokolade nicht mehr mag. Ich kann Ihnen einreden, dass Sie eine schlechte Erfahrung mit Schokolade hatten und dass Sie nie wieder Schokolade haben. Darf ich mich dafür freiwillig melden, bitte? Bei Judith ist es nicht Schokolade, sondern Sie müssen ihr Ausreden Nutella. Nutella, können wir dran arbeiten. Und stundenlang, was mir schlecht ist und dann geht es weiter, wenn das Gefühl der Übelkeit nachgelassen hat. Oder andere Nuss-Nougat-Cremes, es gibt ja auch viele andere. Es gibt viele andere. Also wenn Sie Hilfe brauchen, bitte kommen Sie. Ganz großen Deif, ich habe nach der Anreise gefragt, weil ich mir vorstellen kann, Sie könnten jetzt fünf Minuten erzählen, wie Ihre Anreise von London nach Via Heathrow nach Bremen war. Aber wüssten Sie dann, dass Sie sicher, könnten Sie sicher sagen, dass das so auch sich abgespeichert hat? Oder ist das ein bisschen auch eine kleine Erfindung, was Sie mir dann erzählen? Jede Erinnerung, so bespreche ich das jedenfalls in meinem neuen Buch, ist eine kleine Erfindung. Das heißt, ich kann jetzt erzählen, was alles genau passiert ist, neben wem ich im Flieger saß, dass es Turbulenzen gab oder nicht. Aber was genau tatsächlich passiert ist, ist mir wahrscheinlich nicht wirklich möglich, das zu wieder... Darf ich ganz kurz, wenn ich das Geräusche... Ich glaube, ich habe eine ganz große Bitte. Ganz ausschalten. Ist das meins? Es ist... Meinst du es meins? Ja, wir haben es gerade geklärt. Die Regie sagt, es kommt über Lauterbach. Ja, wirklich. Oder? Ganz gut. Okay, herzlichen Dank. Habt ihr das alle ausgeschaltet? Ja, oder gar nicht erst mit? Oder gar nicht erst mit? Loop-Modus. Loop-Modus. Oh, das war... Alles gut, Rainer. Das haben wir wieder an. Das war auch das letzte Mal, dass du da warst. Das war das letzte Mal. Ja, das war das letzte Mal. Ja, das war das letzte Mal. Sehr gut. Jede Erinnerung ist eine kleine Fälschung. Woher haben Sie das? Weil ich als Wissenschaftsforscherin klar und deutlich immer wieder sehe, dass, auch wenn Sie jetzt Ihre Augen schließen würden und mir jetzt beschreiben würden, was gerade vor Ihnen war, würden Sie Sachen rauslassen, würden Sie Fehler machen, würden Sie Sachen reinstecken, die nie passiert sind, falsche Erinnerungen nennt man die auch, oder Pseudo-Erinnerungen. Und zwar passiert das, weil wir auch, wir füllen die, wir ergänzen Geschichten, wir füllen sie ein mit Details, wo wir annehmen, dass sie passen müssen. Das heißt, in meinem Flug von London nach Hamburg könnte ich sagen, da saß jemand neben mir und auf der rechten Seite muss ja auch jemand gesessen haben, vielleicht habe ich diesen Menschen aber gar nicht so wahrgenommen, aber in meiner Erinnerung ist er vielleicht ganz deutlich zu sehen. Gilt das auch, wenn Menschen sich versuchen zu erinnern an Gesichter, die Sie gesehen haben? Absolut, absolut. Da besonders drastisch? Besonders drastisch nicht. Also ich sage gerne, manche Menschen sagen ja, sie sind nicht gut mit Namen, manche sagen, sie sind nicht gut mit Gesichtern. Nicht mit beiden, muss ich sagen. Genau, ich auch. Ich bin ganz schlecht mit beiden. Und das ist auch ziemlich normal. Also ich glaube auch, eins, was mir ganz wichtig ist, ist, dass den Menschen bewusst wird, das passiert nicht nur Ihnen. Trotzdem hat ja die Wiedererkennbarkeit von Gesichtern manchmal eine ganz dramatische Bedeutung. Nämlich bei Justizfällen, über die wir heute noch verschiedentlich reden werden. Genau. Und deshalb wollte ich einen kleinen Test vorschlagen. Fürs Publikum zu Hause, aber auch für uns hier. Sehr gerne. Das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir mal an, Sie sind Zeuge bei einem Raubüberfall. Drei Spitzbuben haben Sie gesehen. Dann merken Sie sich Ihre Gesichter gut. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Was für ein Gruselkabinett. Jetzt eine kurze Überprüfung. Wen haben Sie gesehen? Nicht so schwierig, oder? Jetzt die Gegenüberstellung. Rechts oder links? Klar, links ist richtig. Rechts oder links? Diesmal ist rechts richtig. Kein Grund zum Jubeln. Das kriegt fast jeder noch hin. Aber jetzt rechts oder links? Das machen jetzt nur noch 50 Prozent aller Befragten richtig. So, jetzt bin ich gespannt. Das lösen wir hier auf. Heiner Lauterbach hat schon gesagt links. Was ist denn hier? Tipp? Rechts. Ich würde auch sagen rechts. Also das Ehepaar zu Hause sagt rechts. Florian sagt rechts. Was? Links. Links. Werner Schneider? Ich denke nicht darüber nach. Es ist mir unendlich langweilig, dieses Spiel. Ach, Mann. Der Stein ist so ein Nazi. Das würden Sie nicht gerne machen. Was würden Sie sagen? Links. Sie sagen links, ja? Und die Auflösung ist rechts. Und zwar aufgrund einer Manipulation, die wir vorgenommen haben in diesem Film. Jetzt schauen Sie sich mal die Auflösung auf. Wir haben Ihr Gedächtnis fies ausgetrickst. In Schritt zwei der Überprüfung haben wir ein Gesicht ausgetauscht. Ähnlich, aber doch ganz anders. Sie erinnern sich also nicht an das Original, sondern an unsere Fälschung. Das könnte dem armen Kerl immerhin ein paar Jahre Knast einbringen. Also wenn Sie Hilfe brauchen, wir helfen Ihnen gerne. Selbst Sie sind, haben es nicht bemerkt. Obwohl Sie geschult sind. Ich bin geschult. Die Erinnerung, man kann natürlich dazulernen, wie die Erinnerung funktioniert. Aber an sich, wir haben alle ein ähnliches Gehirn und die Erinnerung wird auch immer ähnlich funktionieren. Ich habe da jüngst noch einen Artikel gelesen, ich weiß nicht in welcher Zeitung, das wird dann von Mal zu Mal schlimmer. Richtig. Das heißt, zum Schluss, wie die stille Post, nur im eigenen Kopf. Genau. Wir haben in der Publizistik ein Experiment gemacht. Da hat einer eine kleine Meldung von einem Mord verlesen. Dann ist er rausgegangen, hat einen zweiten hereingeholt und musste dem nächsten Studenten das erzählen. Und der dritte Student, dem vierten Studenten, beim zehnten, bei der zehnten Erzählung war der ermordete der Mörder. Ja. Aber das ist genau richtig. Aber da braucht man auch gar keinen anderen Menschen für. Das macht man richtig selber. Das ist das Verrückteste von allen Dingen, die ich von Ihnen gelesen habe. Dass Sie sagen, man kann Menschen ein Verbrechen einreden. Und Sie haben das ausprobiert. Wie geht das? Richtig. Also, sich zu erinnern ist ein sozialer Prozess. Und auch wenn es jetzt mit anderen geteilt wird, ist es natürlich noch mehr so. Aber wenn man in einem Verhör steckt oder wenn man Zeuge einer Straftat ist, dann ist es natürlich noch mehr ein sozialer Prozess. Weil dann auch Druck ausgeübt wird vielleicht. Es werden Fragen gestellt, auf die man keine Antwort hat. Man probiert zu antworten, auch wenn man die Antwort vielleicht gar nicht parat hat. Und man fühlt sich immer sicherer in dem, was man sagt, je öfter man es wiederholt. Und es wird immer mehr zur eigenen Erinnerung, auch wenn es ursprünglich eine Fiktion war. In meinen Studien. Jetzt bitte konkret. Ja, unbedingt. Wie reden Sie mir ein Verbrechen ein? Ich rede Ihnen ein Verbrechen ein. Dass Sie einer bin, meine ich. Ja, also in meinen Studien, wo ich Universitätsstudenten eingeredet habe, dass sie eine Straftat begangen haben, die nie geschehen ist. Da habe ich meine Probanden reingeboten, reingebitten, bat ich meine Probanden ins Labor. Und ich hatte drei Stücke, echte Informationen. Ich wusste den Namen von dem besten Freund von meinem Probanden. Ich wusste, wo dieser Mensch aufgewachsen ist. Und ich habe immer gesagt, und es ist Herbst in dieser Erinnerung. Und dann habe ich, aus diesen drei Details, habe ich eine Narrative gestrickt mit dem Probanden zusammen, die nicht stimmte. Und zwar ist es dadurch passiert, dass ich zuerst vorgeschlagen habe, ja, Sie wissen, dass ich Ihre Eltern angeschrieben habe mit einem Fragebogen über Ihre frühe Jugendzeit. In diesem Fragebogen haben Ihre Eltern berichtet, etwas Emotionales ist passiert. Können Sie mir doch erzählen, was? Und dann fing ich mit einem echten Ereignis an. Und dann erzählten die Probanden über ein echtes Ereignis, emotionales Ereignis, als Sie 14 Jahre alt waren. Und dann habe ich gesagt, das zweite Ereignis, da haben Sie eine Straftat begangen. Sie haben jemanden geschlagen oder mit einer Waffe attackiert, kommt darauf an, wie ich das aufgeteilt habe, oder etwas gestohlen. Die Polizei war involviert, woran können Sie sich erinnern? Das war's. Mehr Details brauchte ich gar nicht. Außer halt, Sie waren mit Ihrem besten Freund in Ihrer Heimatstadt und es war Herbst. Leute haben es geglaubt. Leute mussten es zuerst glauben. Erstmal waren ein paar unsicher. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ist klar, ist ja auch nicht passiert. Aber dann mit einem kleinen Zweifel. Man braucht nur einen ganz kleinen Zweifel, wo man denkt, vielleicht weiß diese Forscherin etwas über mich, woran ich mich nicht erinnern kann. Und ich habe dann hilfreich natürlich angeboten, versuchen wir doch mal eine Erinnerungsübung. Klar, sagt jeder, ja. Und in dieser Übung stellt man sich einfach vor, wie es hätte sein können. Ich meine, die Erinnerung spielt bei Gerichtsurteilen eine große Rolle, weil es Zeugenaussagen gibt. Wenn man sie so liest und hört, kann man überhaupt irgendeiner Zeugenaussage noch trauen? Ja, das Problem ist, wenn man sehen kann, dass halt, wenn man Menschen diese Übung gibt, dass sie sich Sachen vorstellen sollen. Und wenn sie das wiederholen und nach drei Interviews 70 Prozent dazu kommen zu sagen, das habe ich gemacht, das war die Straftat, darum ist es passiert. Und es haben es bunt dann ausgeschmückt mit Details. Da zweifelt man tatsächlich an, woran kann ich... 70 Prozent sagen das, obwohl sie definitiv keine Straftat begangen haben. 70 Prozent sagen es nicht nur, weil das wäre halt ein falsches Geständnis. 70 Prozent sagen es und glauben es. Und das ist Wahnsinn. Weil man meint natürlich, ich würde nie zu einer Straftat gestehen, die ich nicht begangen habe. Also bei mir hätte es auch funktioniert. Ja? Warum? Weil sich nicht... Das lassen wir mal außen. Achso, achso. Es gab wilde Zeiten. Aber das ist richtig. Also man zweifelt tatsächlich an den Erinnerungen, weil man meint, es ist so emotional, es ist so ausführlich. Ich kann mich doch so klar daran erinnern. Es muss stimmen. Jetzt gibt es ja, also Sie sprechen das direkt an oder schreiben das auch auf und das berührt dann das Themengebiet vom Ehepaar zuerst, Therapiesitzungen. Und da kommen Erinnerungen hoch und Gefühle, dass Patienten sagen, ich bin zum Beispiel missbraucht worden. Also das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Sie sagen, Sie vertreten oder Sie sind gerade mit einem Fall konfrontiert, wo Sie den ganz klaren Eindruck haben, es ist nichts als Autosuggestion. Ja, es gibt Autosuggestionen, es gibt aber noch schlimmer, könnte man sagen, Suggestionen von außen. So wie ich in meinem Labor meinen Probanden vorschlage, können Sie sich denn nicht erinnern an diese Straftat. Kann es auch dazu kommen, dass in problematischen... Es gibt natürlich viele tolle Therapie, die auch wahnsinnig hilft. Aber ab und zu gibt es Fälle, wo einem vorgeschlagen wird in einer therapeutischen Situation, Sie sind jetzt krank, vielleicht ist es, weil Sie in Ihrer Kindheit ein Traumata hatten. Ganz viele Menschen. Ganz viele, Sie geben dem Recht, dass dem Patienten was eingeredet wird. Ganz viele Menschen, die haben durch den, durch einen längeren therapeutischen Prozess, ein Selbstgefühl von viel mehr Störung, also wie soll ich sagen, sie werden in diese Störung, die vertiefen etwas bis hin zu einer Störung. Viele Leute kommen auch zu uns und sagen, also wir verstehen uns ja auch überhaupt nicht als Therapeuten, ganz bewusst nicht, weil wir nicht glauben, dass Menschen krank sind, die was in der Ehe zu klären haben. Aber zu uns kommen Menschen mit einer Diagnose, wo ich das Gefühl habe, hier sitzt nicht Peter Müller, sondern hier sitzt eine Diagnose und dieser Mensch hat sich in dieser Diagnose vollkommen verfestigt, weil ihm Menschen, die er akzeptiert, Therapeuten, Ärzte, Frauen kommen ganz oft zu uns, die sagen, naja, der Arzt hat auch gesagt, in meinem Alter hat man keine Freude mehr am Sex. Und dann ist so, ja, das geht halt nicht mehr so in unserem Alter. Das hören wir also viel über Sexualität, wo ich immer sage, lassen Sie sich kein Mist erzählen, weil die Menschen glauben dann, ja, ich habe ein Problem. Genau, und das Problem kann leider dann auch Unschuldige ins Gefängnis stecken. Das heißt, wenn man wirklich das verinnerlicht. Was allerdings nicht heißt, dass nicht Leute sich traumatische Erlebnisse wirklich hatten. Und sie endlich durch eine Therapie ausführen. Jetzt aber, um zu Ihrem Geschenk, Ihrem Freundlichen zurückzukommen und um zu vermeiden, dass Sie das gleiche tue wie Judith mit Ihrem Priester, nämlich Sie in den Arm zu nehmen und mich zu bedanken. Wie operieren Sie mir jetzt die schlechte Erinnerung an Schokolade aus? Also genau wie bei meinen Straftaten könnte ich Ihnen jetzt die Übung geben. Also das ist mir auch wieder ganz wichtig, dass Menschen wirklich verstehen, wie diese Forschung zu Hause angewendet werden kann. Und dass, wenn Tante Emma erzählt von einer Erinnerung... Ich weiß nicht, ob ich zu Hause anwenden möchte. Ja, aber es macht einen neugierig, was Erinnerung angeht. Das heißt, wenn Tante Emma erzählt von einer Geschichte und man sagt, das stimmt nicht, das kann nicht sein, da war ich nicht, kann man sagen, vielleicht... Die Lorenzo hat Sie jetzt gefragt, wie Sie ihm die Schokolade ausreden. Ja, da komme ich ja gleich zu. Sind Sie sicher? Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube schon. Sondern ich erinnere mich, wenn ich frage... Der ist eigentlich ein ganz netter, das kommt nur etwas bohs da rüber, ja. Ich will nur spielen. Aber dass man halt dann sieht, Tante Emma erzählt vielleicht nicht, ab sich nicht eine Lüge, weil meistens vermutet man ja, dass, was nicht stimmt, Muskologen sein. Und das ist einfach nicht so. Sie kann sich auch einfach falsch daran erinnern. Jetzt kommen Sie zur Schokolade, bitte. Ja, zur Schokolade. Wie rede ich Ihnen die Schokolade aus? Ja, dass Sie schlechte Erfahrungen mit einer bestimmten Schokolade gemacht haben. Es ist quasi... Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade. Haben Sie ja schon wahrscheinlich schlechte Erfahrungen. Sehr schlechte Erfahrungen. Muss ich Ihnen ja nicht einreden. Nein, will ich auch nicht beschreiben hier. Aber mit Ihrer Lieblingsschokolade, mit Ihrem Lieblingsessen. Es gibt die sogenannte falsche Erinnerungsdiät. Elisabeth Loftis ist eine Forscherin, die das mehrfach untersucht hat. Das war, glaube ich, auch die von dem Test, den wir gerade gesehen haben, glaube ich. Das kann sein. Und Sie hat mehreren Menschen eingepflanzt, dass Sie eine schlechte Erfahrung mit Joghurt hatten oder mit Erdbeereis. Und Sie hat das so gemacht, dass Sie Menschen die Übung gegeben hat. Stellen Sie sich doch vor, Ihnen wurde ganz übel, nachdem Sie Schokolade gegessen haben. Und dann soll man sich das so ausführlich wie möglich vorstellen, mit multisensorischen Details. Wie fühlte sich das an, als Sie sich übergeben haben? Wie sah es aus? Wie roch es? Genau. Es wird eklig. Aber so soll es ja auch sein. Wie lange dauert so ein Prozess? So ein Prozess. Es wird nicht tatsächlich therapeutisch angewandt. Es wurde bisher nur in Studien erforscht. Und dann? Jetzt sagen Sie, und dann? Aber dann, auf Dauer ist die Idee, dass man dann dadurch quasi kleine falsche Erinnerungen einpflanzt. Und wenn Sie das nächste Mal dann Schokolade anschauen, denken Sie an diese schlechten Erfahrungen und denken, das möchte ich nicht. Mit Verlauben, meine Firma macht es schneller. Das war die Vorstufe, die Beichter, eine geniale Erfindung, muss man wirklich sagen. Wir machen einfach 40 Tage Fastenzeit und sagen, der liebe Gott will das nicht. Ja, das stimmt. Auch das, bei uns zu Hause, gab es so ein Fach im Wohnzimmerstank. Da waren die ganzen Süßigkeiten drin. Und schon Mittwoch hat dann die Mama gesagt, und das ist jetzt tabu bis Ostern. Nicht hingehen, du musst jetzt am lieben Gott aufopfern, jetzt darf man nicht schlecken. Und ich habe das dann immer nie verstanden. Weil wenn dann Ostern war, dann ist man hin, da war die Schokolade grauen, hat es gesagt, du darfst nicht essen, weil dann wird das schlecht. Dann denken wir ja, wenn er es halt selber gegessen hätte, dann verzichtest du drauf und dann wird es schlecht. Wo ist der Sinn dahinter? Also wie man merkt, man muss fasten können, muss man erklären können. Nur wegsperren und nicht hinlangen und vergammeln lassen, kann es auch nicht sein. Aber wie gesagt, wir sind ein bisschen zügiger am Werk. Einfach, der liebe Gott will das nicht und Finger weg, Ausschluss, fertig. Julia, ich habe nicht jedes Detail verstanden. Ja, vielen Dank. Aber ich versuch's mal. Mit der Therapie, mit der Selbsttherapie. Und ich meine, nach der Vorrede kann ich gar nicht anders enden als mit dem Satz, ich hoffe, dass Sie uns in guter Erinnerung behalten. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.